Und eine neue Lichtgeschwindigkeit am Montag, den 17. Dezember 2012. Es geht auf Weihnachten zu, dritter Advent, die Kerzen sind jetzt fast weg. Deshalb schnell noch, folgendes. In Japan war am Wochenende Wahlen, die zu einer neuen politischen Führung führen und da hat die LDP, heißt das in Japan, wieder an der Macht die liberal-demokratische Partei Japans hat nach drei Jahren die bisherige eher sozialdemokratische Führung abgewählt, mit großer Mehrheit und worauf es ankommt ist, die machen den Atomstaat. Also, nach nur gut drei Jahren, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung von heute, Rechtsrutsch macht Japanern Hoffnung, Rechtsrutsch macht Japanern Hoffnung, schreibt das Handelsblatt. Und ich habe auch die Taz heute. Und die Taz hat aber zu Japan nichts groß was, sondern die Taz hat gesagt, Privatsache Schutzwaffen. Eine nationale Pathologie in Amerika. Das hat mit den Japanern nichts zu tun. Die Japaner haben auch ihre Fittchen. Und nach nur gut drei Jahren Regierungszeit haben die Wähler in Japan Ministerpräsident Yoshihoko Noda und seine links-liberalen-demokratischen Partei DPJ am Sonntag eine schwere Niederlage bereitet. Die oppositionellen Liberaldemokraten LDP, die 2009 nach einem halben Jahrhundert nahezu unangefochten Herrscher von der DPJ verdrängt worden waren, erzielten bei den Parlamentswahlen am Sonntag dagegen einen Erdrutschsieg. Neuer Ministerpräsident Japans wird der nationalistische Politiker Shinzo Abe. Der 58 Jahre alte Politiker, der bereits von September 2006 bis September 2007 Regierungschef in Tokio gewesen war, will schon an diesem Montag mit Koalitionsgesprächen beginnen. Letzte Hochrechnungen zeigen, dass ABS LDP und ihr Koalitionspartner, die religiöse neue Komeito-Partei, sogar eine Zweidrittelmehrheit im japanischen Unterhaus mit seinen 480 Akkorden erzielt haben. Noda, also der jetzt Chefwirt, erklärte, dass er die Verantwortung für die schwere Niederlage seiner Partei übernehmen und zurücktreten werde. Der Präsident war, der jetzt verloren hat. Also er übernimmt die Verantwortung, das kann er ja auch gut. Und die DPJ war 2009 mit dem Versprechen angetreten, Japan grundlegend zu reformieren. Viele Japaner nahmen es der Parteiübel, dass sie die Hoffnung auf einen politischen Neuanfang nicht erfüllt haben. So, aber im Hintergrund steht ganz einfach die Wirtschaftsdaten. Die japanische Wirtschaft hat unter dieser dreijährigen, gemäßigteren Regierung nicht so funktioniert, wie sich die Wirtschaft Japans das vorstellt. Man muss aber wissen, dass die Fukushima-Nummer dort ja wirklich ein erschütternder Eingriff war, in dem alles, was die glauben dort, nämlich, dass ihre Leistung und ihre Tüchtigkeit und so weiter Grundlage des Erfolges sei, aber zum Beispiel, dass sowas wie Erdbeben, Tsunami und Atomkraftwerke eine Schwächung sind, sozusagen eine Erbkrankheit in Japan. Und das ist nicht das Problem der jetzt Abgewählten und damit haben dann auch die rechtsradikalen LDP in Japan zukünftig zu tun. Leider haben wir alle mit dem Atomdreck in Japan auch in Zukunft verstärkt zu tun und da kann man nur hoffen, dass wir immer dranbleiben an dem Thema. Atomkraft ist die teuerste und dreckigste Energie, die es gibt. Sie ist ganz einwandfrei so gesehen die dümmste Angelegenheit, die sich die Menschheit in den letzten drei Jahren ausgedacht hat. Ach nee, 30 Jahren. Okay, also in den letzten 300 Jahren. Atomkraft ist Riesenunfug, weil man die Technik nicht zu Ende entwickelt hat. Den Dreck machen ist ein Teil der Technik. Den Dreck wieder beseitigen gehört dazu und dann könnte man darüber nachdenken. Also Japans Atompolitik wird verstärkt werden und das finde ich sehr schade hier heute in der Lichtgeschwindigkeit. Schönen Dank, liebe Aufrufer, liebe Abonnenten. Und jetzt muss ich das noch abschalten. Und dann gucke ich immer auf das Video, wenn ich das bei mir am Computer rausruhe und beim Abschalten mache ich stets dasselbe völlig blöde Gesicht. Das tut mir aber leid. Bis dann. Tschüss.